Bis zum nächsten Video und bis zum nächsten Video, wenn ihr alle neun wisst, zu dem neuen Live-Event, wann ich doch kommt und jetzt... Kommt der gerade neben? So. Ey. Hau ab. Wann das? Mann, das ist ja schon wieder ein Bug. Ey, Leute, die neue Schrottflitte ist noch nicht im Spiel und das Event wird noch nicht am Mittwoch stattfinden, aber schreibt es euch an, Leute, am Freitag um 1 Uhr nachts, also am Samstagmorgen, nur am Samstag in der Nacht, also am Samstagmorgen um 2 Uhr in der Nacht. Soll es das erste Live-Event für uns geben und am Freitag... Oh, Corona! Nein. 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 Oh,gein. Wir so falsch gedacht das event wird genau am freitag am samstag in der nacht um 1 uhr morgens kommen oh mein gott bruder anders du denkst du wärst captain blau mütze ja leute das event wird genau am samstag morgens um eine nacht stattfinden und am sonntag um 16 uhr soll auch eins für die kinder kommen also weil dass wir es nicht verpassen und in der nacht so müde sind oder nicht bis nach aufbleiben dürfen die eltern will epicent nochmal am sonntag dann um 16 uhr das wiederholen das ist zumindest aufgetragen auf twitter ich habe nichts gesagt dann gibt es einen neuen bunker und der bereit also der bunker wird auch explodieren wo weiß man noch nicht kann überall ich habe keine ich habe kann schon das und dann kommen wir zum thema schrottflinte seitdem muss jetzt passen ist nicht tot nein auch schon mal okay perfekt Was ist das? WTF? Nein. Hallo? Siebener P und WTF Alter. Fortnite. Hiel mich. Leute, Schrott, Thema Schrott. Oh mein Gott. Was geht hier grad ab? Ich bin schon am Ende. Da ist der Bus gekommen. Ich lad immer am Ende sonst. Ich bin schon am Ende sonst. Ich bin schon am Ende sonst. So, jetzt geht's hier ab, Leute. Die Runde gehört uns. Ja Leute, zu Thema Schrottflinte wird es auch ein Patch geben. Am Freitag soll es ein neues Update geben. Also zwei. In einer Woche zwei Updates hat man fast noch gar nicht gesehen. Aber wird am Freitag... Ey Bruder, das kann nicht sein, Alter. Am Freitag wird dann das nächste Update finden. Und da wird anscheinend dann die Schrottflinte mitkommen. Wie Fortnite es mitteilt, soll dann am Freitag die Schrottflinte wiederkommen. Ähm, die Server gehen um 10 Uhr. Also das Update kommt spät. Ähm, das Update soll um 8 Uhr kommen. So wie eigentlich heute. Und um... Komm, wo sind... Ob hier keine Gegner sind. Und, ähm, um 9 Uhr, wenn spätestens 9 Uhr gehen die Server da... Also die Server sind dann bis 10 Uhr 30 off. Also das ist richtig spät. Später als heute. Weil Epic Games will noch was hinzufügen. Ein neues Fahrzeug. Komm, komm. War der drin? War der drin, Leute? Der war drin. Ähm, das Update soll... Freitag, ja. Und da soll die Schrottflinte kommen. Wo waren wir stehen geblieben? Ähm, 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 ähm. Ey, wo waren wir stehen geblieben? What the fuck? Äh, ey Leute! Wo waren wir stehen geblieben? Ich komm grad gar nicht mehr klar. Okay. Will einer zum Rootjob? Ey. Wo ist der Rootjob? Der ist da hinten... Was ist der? Äh, das soll ein neues Fahrzeug in das Spiel hinzugefügt werden. Angeblich, man weiß aber noch nicht, dass es zwei neue Fahrzeuge gibt. Aber das eine, das weiß man eben noch nicht, dass das da steht noch 50 50. Ähm, das erste Fahrzeug ist ein ganz neues. Das soll ein... Ach so, wie soll man jetzt sagen? Es kann im Wasser rumfahren und ist einfach ein riesen Boot. Also es ist so ein kleines Mitralleboot, das hinzugefügt werden soll. Leute. Wie weiß man jetzt noch nicht genau. Ja. Komm. Komm, komm, komm. Easy. So, Leute. Warten weiß man noch nicht. Äh. Muss man noch gucken. Das neue Fahrzeug soll ein Boot sein. Vielleicht soll es am Freitag gehen. Vielleicht soll es am Freitag gehen. in das Spiel hineingefügt werden. Äh. Oder es kommt theoretisch später Ende Mai. Das weiß man bis jetzt. Dann das andere Fahrzeug wird aber vielleicht hinzugefügt. Wenn nicht, dann kommt es in der nächsten Season. Das weiß man. Das ist das Driftboard. Das wurde wieder geleakt. Aber man weiß nicht. Ich kann... Ich glaube nicht, dass es am Freitag kommen wird. Aber ich schätze, es kommt Anfang Mai oder Ende Mai. Das kann ich sagen. Wenn es da nicht kommt, dann kommt es in der neuen Season. In der neuen Season. In der neuen Season. In der Season 3. Wann die neue Season kommen wird, erfährt ihr in diesem Video. Und da kommen wir gleich zu dem Thema. Eigentlich wird, äh, wurde, wird die Season am 30. April geschlossen. Aber die Season 3 wird verspätet und das soll theoretisch am 21. Mai kommen. Wenn... Man weiß es noch nicht. Aber spätestens soll es am 1. Juni kommen. Wenn... Das weiß man so weit. So. Was haben wir noch auf der Letzte? Jetzt haben wir eigentlich alles, was wir haben. Endlich mal... Eine bessere... Ähm... Platzierung. Okay. Na, das ist er. Na, entschuldige jetzt nicht, Alter. Komm, lass mal ich mich nach oben an. Ja, das... zu kommen. Dann soll ich neue Loot-Shops wieder geben. Dann... Aber ganz neue. Und die sind richtig geil, Leute. Auf die... Also auf die freue ich mich eigentlich, in diesem Video zu sagen am meisten. Am Wasser? Ey. Neue Böse, die sollen dann da so in... in... der... der... ältschen... Wo bist du? Was macht denn der? Ey, ich hasse dieses Spiel von hinten. Auch noch Leute, das was wir im Video haben, brennen, Leute. Euer Alexi. Schade, schade, schade. Schade, 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 schade... 3 Kiss. Weiß ist so viel. Schade, schade. Schade, schade. 2.000, wa? Kost, ist ja 28 in 3 Kiss. Gigi haut rein, neue. Naja. Au, Lexi! Oh, Leute. Oh, Leute.